Musik Ich bin momentan echt super verrückt nach Käsekuchen. Es gibt auch so unendlich viele Varianten. Ständig kann ich irgendwas Neues ausprobieren. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Jesses Küchenkonst. Und vorab, damit du kein Video mehr verpasst, klick am besten auf die Glocke und abonniere mich. Heute habe ich diese leckeren Snickers Cheesecake Törtchen für euch. Die sehen doch echt göttlich aus, oder? Und ich sage euch, so schwer sind sie gar nicht zu machen. Schaut mal hier. Für den Brownie Boden gibst du 60 Gramm braunen Zucker, 30 Gramm weißen Zucker und 2 Eier in eine Rührschüssel. Musik Das Ganze wird dann schaumig aufgeschlagen. Dazu kommt ein Esslöffel Öl und 125 Gramm geschmolzene Butter. Das Ganze wird dann kurz verrührt. Zu der Masse gebe ich dann noch 65 Gramm Mehl, 50 Gramm Kakao, und 20 Milliliter Milch. Die Zutaten werden jetzt mit der Küchenmaschine zu einem geschmeidigen Brownie-Teig verrührt. Den fertigen Teig gibst du dann auf ein kleines mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Alles noch schön gleichmäßig mit dem Teigschaber verteilen und dann geht's auch schon für 25 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen. Der Brownie-Teig kühlt jetzt ab und währenddessen wird die Cheesecake-Creme angerührt. Die Zutaten verrührst du und dazu gibst du 100 Gramm weiße Schokolade, die du zuvor über einem heißen Wasserbad geschmolzen hast. Musik Aus dem abgekühlten Brownie-Teig stichst du mit einem Dessertring vier Kreise aus. Mein Dessertring hier hat einen Durchmesser von 6 cm. Alles Überschüssige wird entfernt und dann werden die Kreise auf eine Tortenplatte gesetzt. Ein großes Schneidebrett, wie in meinem Fall hier, tut es aber auch. Jetzt kommt die Tortenrandfolie zum Einsatz. Die ist echt mega wichtig, damit ihr die Törtchen später auch aus den Färmchen bekommt. Das Umsetzen ist manchmal eine tricky Angelegenheit. Deshalb habe ich den Stampfer auch auf dem Brownie-Boden. So bleibt alles in der Form. In den Dessertring gebe ich jetzt gleichmäßig verteilt die Cheesecake-Creme. Schön verstreichen und dann werden auch schon die Erdnüsse karamellisiert. In eine Pfanne kommen 75 Gramm Zucker. Musik Mit einem Teigschaber rühre ich das Ganze so lange, bis es diese Konsistenz annimmt und schlussendlich zu Karamell geworden ist. Dann kommen 100 Milliliter Sahne dazu. Unter Rühren lasse ich das Ganze aufkochen und gebe dann 100 Gramm Erdnüsse dazu. Schön verrühren und schon werden die karamellisierten Erdnüsse gleichmäßig auf die Dessertringe verteilt. Zum Schluss habe ich 90 Gramm Zartbitterschokolade über einem heißen Wasserbad geschmolzen und diese gleichmäßig auf den Törtchen verteilt. Noch schnell den Dessertring und die Folie ab und dann geht's ans Dekorieren. Dafür schneide ich zwei Snickers-Riegel in kleine Dreiecke und hacke ein paar Erdnüsse im Blitzhacker. Alles schön drapieren und fertig sind sie. Die Snickers Cheesecake-Törtchen Und was sage ich, so schwer sind sie nicht zu machen, oder? Also ab in die Küche und probiert die leckeren Snickers Cheesecake-Törtchen aus. Ich werde mir gleich so ein leckeres Törtchen gönnen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Noch einen Kommentar da lassen und einen Daumen nach oben und dann sage ich Tschüss! Day, Day, Day Day Untertitelung des ZDF, 2020